Ein Wurzfahrt, es ist ein Witz, acht und ein Zobelstücker auf die Reihe, fünf Stücker der Fahrrad verlieren. Wunder, wunderschöne Autos. Aber wir sind noch viel. Ja, ich habe hier so eine komische Tür vor mir und kann das nicht alles so erkennen. Also vier Stücker Fahrrad auf die Reihe. Passend mit der Sonne, die jetzt gerade rauskommt. 515, Rolf Busche, ein Erfreich und dann noch Sebastian Bremer. Der Bus ist aber noch frei. Der Bus ist aber noch frei. Wir sind noch frei. Ich glaube, das kann ich fast sehen, einer der Eidecker und damit der Eidecker, der Hümer, und das kann ich heute sehen. Ah, das tut doch mal nicht gut, dass ich hier gesagt habe. Aber jetzt ist der Kochenende, er sagt, irgendwas passt das. Hat er gestern schon versucht, Kapolpe zu fahren, aber auch das war nicht so. Jemand von dem großen Brustwagons da und dort zu sagen, da fehlte absolut irgendwas. Und er konnte noch nicht begreifen, du warst, er ist hier noch am Überleben. Unter Unterleistung müsste normalerweise da sein, für irgendwas. Seh ich einfach nicht. Aber was ist genau, was ich wollte machen? Das ist richtig. Und Busche, auf dem hier Motor, längs eingebaut. Dann hat man sein VB-Gefo, oder Poliziziebe, das hier verbaut. Das Ganze als Allradausführung. Das war immer sehr schöner. VB ist so riesenlos. Das ist dann auch aktive Idee. Und dann gerade dabei raus, wo wir hier hinfällig sind. Wo wir hier hinfällig sind. Wo wir hier hinfällig sind. Und der Karamellstand, so geht es auch hin. Der war da vor und durchgezogen. Ja, und hier. 5.74 sind es sicherlich. So ist er mal in 2 Minuten zufrieden. Also sprich nur die ganze Hand. So, und da kommt der Sieger, Rolf Busche. Und hier. 53., 15.68 knowledge. 57.68 Vielen Dank.